... und hat sich ein paar Chancen gegönnt. Jetzt ist das Schleifchen um die 68 im 128-Spiel. Er zieht gleich mit Rekord für Jäger, Gerd Müller. Und hier verteidigen sie mal schlecht. Reus wird nicht gestört, Müller wird nicht gestört, aber das, was der Klose da macht, unterstützt von Dragovic. Das ist klasse und Alma ist hier chancenlos.